Hi, ich bin Caroline und bei Kärcher in der IT bin ich seit zwei Jahren. Ich bin verantwortlich für die digitale Customer-Applikation, also wir nennen es auch das Webportal. Wow! Beruflich international zu arbeiten, finde ich persönlich super spannend. Also ich finde, man lernt da immer mega viel über einen selber, aber auch über so deutsche Eigenheiten. Wanna wow with us? Hi, ich bin Tobi, arbeite seit über fünf Jahren bei Kärcher und bin in der IT tätig. Ich arbeite mit einem Team von Software-Entwicklern an digitalen Applikationen. Man merkt einfach, welche Wertschätzung man auch von den Vorständen erfährt. Ich habe vor circa zwei Jahren den Katalog bei Kärcher digitalisiert und das gedruckte Produkt komplett abgelöst. Wow! Hallo, ich heiße Andi, ich bin seit acht Jahren bei Kärcher und hier als IT-Groupenleiter und Chapter Lead. Ich bin immer wieder begeistert und habe so einen Wow-Moment, wenn ich auch deren eigenen Kreativität und deren eigenen Ideen sozusagen auch begleiten kann, unterstützen kann und auch sehe, wie weit wir auch gekommen sind mit den Veränderungen, die wir hier bei Kärcher und speziell in der IT auch in den letzten Jahren vorangetrieben haben. Willkommen bei uns? Willkommen bei uns? Willkommen bei uns?